Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals, nun, ich werde ein Video drehen, das zwei Fragen beantwortet, die ich sehr interessant finde, insbesondere die zweite, was sind die Fehler einer defekten Lambda-Sonde und ob sie repariert werden kann Verkabelung ändern? Ich finde das sehr interessant, ich erkläre mal, die Funktion der Lambda-Sonde besteht ja bekanntlich darin, die Sauerstoffmenge in den Abgasen, nachdem die Verbrennung stattgefunden hat, in dieser zu ermitteln. Übrigens gibt es dem Steuergerät die Information, ob es mehr Kraftstoff oder weniger Kraftstoff für das Gemisch einspritzen muss, okay, mal sehen, ob es einen Sauerstoffüberschuss feststellt, die Entschuldigung, das ist ein mageres Gemisch ist und dann es wird mehr Kraftstoff einspritzen, wenn für das Gegenteil, es erkennt, dass es wenig Sauerstoff gibt. Weil das Gemisch fett ist und dann wird es etwas weniger Kraftstoff einspritzen, diese Werte werden von DQ verwendet, wenn der Kraftstoff eingespritzt wird, damit der Motor des Autos richtig funktioniert. Okay, mal sehen, die Fehler, die eine Sonde normalerweise gibt defekt landen, normalerweise. Merkt man meistens einen Verbrauchsanstieg, mal einen starken Anstieg, der Motor läuft nicht wie er soll. Mal ruckelt er, mal merkt man schon direkt, dass er einen Leistungsverlust hat. Man fällt meist auch auf, manchmal, dass der Leerlauf nicht stabil ist. Das sind die Hauptsymptome, aber auch, dass die Motorwarnleuchte aufleuchten kann und das Auto auf dem Armaturenbrett aufleuchten kann, es würde in den Notlauf gehen und sich selbst begrenzen, okay. Die andere Frage, die ich sehr interessant finde, kann es durch ändernde Verkabelung repariert werden? Mal sehen. Der Hauptfehler, den die Lambda-Sonde normalerweise gibt, ist auf Schmutz zurückzuführen, weil sie sich mit Kohlenstoff füllt und nicht die richtigen Informationen liefert und manchmal, mit einer guten Reinigung, funktioniert es. Wieder, wieder, richtig, und wegen der Verkabelung, ja, oft reicht. Es, die Verkabelung zu ändern, was wegen der Gegend, wo es sich befindet, wegen der Temperaturen aus, diesem Bereich stammen, wird die Verkabelung beschädigt und kann eindringen im Kurzschluss, okay, und es würde reichen, es zu ändern, was ich bereits sagte, was auch am häufigsten vorkommt, um die Kabel zu ändern, weil es unten gibt, die sehr billig sind, bei denen sich eine Reparatur sowieso nicht lohnt, aber es gibt andere, die sind sehr teuer. Und die, ja, es würde sich lohnen, sie zu reparieren, okay, wie gesagt, das sind die Hauptprobleme, die die Lambda-Sonde normalerweise hat, manchmal kann der Teil, der die Informationen liefert, beschädigt werden. Das Teil, das an den Katalysator oder Partikelfilter geschraubt wird, aber ich sage Ihnen auch, dass es nicht üblich ist, am häufigsten ist ein Defekt durch Schmutz und Probleme mit den Kabeln. Gelegentlich kann es auch ein Problem mit dem Sandstecker, okay, nun, hier haben Sie Hallo! Und dann wirst du mal, das in der Tatalysator oder in der Tatalysator geschraubt haben,